so meine lieben wir können zusammen singen aber zusammen sprechen ist schlecht meine lieben da sind wir wieder und ich habe mir jetzt überlegt normal habe ich das ja das letzte mal am ende gemacht aber ich mache es jetzt am anfang ich habe extra gewartet ihr seht ich habe hier oben ein ausrufezeichen bei den symbolen und bei anpassen das heißt ich habe wieder items gesammelt gehen wir mal rein spieler symbol und zwar das wählen wir gerade mal aus goldener dreizack nehme ich jetzt mit rein und irgendwo war es noch aber ich weiß jetzt nicht mehr wo es hingerutscht ist ich glaube das war vorhin eine grüne hexen mütze ja die habe ich jetzt doppelt die war ja schon drin ich habe sie ja auch schon auf weil momentan habe ich einen ziemlich ausgefallenen also ausgefallen grün ist sie halt ne mein hexi und da ist der hut jetzt halt doppelt gekommen mein gott ist halt so gehe ich wieder zurück chris was hast du in deinen zauberkisten naja ich öffne gerade mal ich habe neue spieler symbol bekommen also du hattest ja in den vorigen folgen dieses t shirt an mit diesen schicken genau das habe ich jetzt als symbol bild das mache ich auch jetzt gerade dann bei jägerskin anpassung habe ich ein oberkörper teil bekommen mit brusthaar ja den ich glaube den habe ich auch schon das ist glaube ich noch aus der sommerkollektion eine neue frisur ich meine die frisur ist alle scheiße außer dem gelben muss man einfach verwagen ja ich glaube das beste was du dem hunter verpassen kannst ist eine glatte und dann habe ich noch einen hexen skin bekommen dass ich ein rotes gesicht habe ja gut aber rot ist ein bisschen kräftig ich glaube da wird man sehr schnell erwischen jetzt habe ich auch meinen hunter mal aufgemacht weil ich war wirklich der meinung ich habe die sonnenbrille auf gehabt aber nee ich habe brown brown gotti also dieses dieses bärtchen wie auch immer so würde ich sagen spielen wir noch eine runde oder auf jeden fall so serverliste was haben wir denn gut ist im angebot ich bin gerade am gucken hier die 0 2 da sind wieder vier stück drauf wir sind aber guck mal heidens sieg bei 0 5 da sind 14 von 16 ja kommt drauf 0 5 ob wir glück haben die zwei letzten plätze noch ergattern ja ich bin gerade am connecten wie man sieht ja ladebildschirm und jawohl oder auch nicht black screen doch alles klar ich bin drin ist auch drin ja schnell bereit drücken das hat ja gepasst hier wir sind bereit gewesen aber die runde ist doch schon am laufen egal gucken wir halt erst mal zu ich bin ein hunter aber bei so vielen hexen also wenn ich dort keine finden dann höre ich mit dem spiel auf also das ist ja schon das glaube ich nicht dass du aufhörst aber ihr seid 245 es ist schocken auch ich habe er nicht da kann es wieder erfolgt er hat ein eisstäbchen in der hand und eine flasche er ist eine standhexe leute da war eine standhexe wird also leute ich zeige euch jetzt wieder wie man das mitmachen soll weil die sterben wie die fliegen und ich habe noch keinen platz boh 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 da war gleich eine der dicke hat auf mir gestanden mand man da kommt man nicht mehr vom Fleck, wenn die einem auf dem Kopf stehen. Ja, das hat mich überfordert. Egal. Oh, da flitzt was. Die sterben hier wirklich wie die fliegen. Was ist denn los? Ja, die fliegen ab. Ja, ja. Ich habe ja schon fast alle ausgeräuchert. Oh, da ging gerade ein Pilz hoch. Und ich stehe genau vor dir. Du stehst nicht. Nein, nein. Ich hatte gerade ein Problem mit meinem Aufnahmeprogramm. Da ist gerade unten ein Fenster aufgeflockt. Ich hatte einen Aufnahmenmodus geändert, was aber gar nicht. Okay. Gleich platzt die nächste. Ich verfürchte es. Ja. Drei Stück. Jetzt hoffe ich mal, dass das trotzdem noch aufgenommen wird. Aber das sehe ich ja nachher. Oh, da bewegt sich was. Was leuchtet hier denn grün? Irgendwas leuchtet hier grün. Was ist das? Der Besen wahrscheinlich. Da war eben auch ein Besen. Was ist das? Da war... Da war... War das eine Hexe? Ja, mit einem grünen Besen. Mit der Leuchte. Ja, dann habe ich die grüne auf der anderen Seite leuchten sehen. Und ich denke, als was ist denn da grünes? Gut, dann habt ihr die geschnetzelt. Ich dachte eben... Ne, das ist immer noch. Hä? Warum ist das... Was ist da grün? Ich muss das rausfinden. Wie viele Hexen sind es denn? Noch eine. Ja, da kann ich mich ja schwarz... Ist das eine grüne Lampe? Was ist das? Wo ist das? Hä? Bin ich jetzt so doof? Es ist innen. Ich muss mal rein. Ich muss mal da rein. Im Haus irgendwo ist einer. Aber von hier sieht man das grüne erst recht nicht. Was ist denn das grüne? Da ist ein grünes Licht. Ich will wissen, was das grüne Licht ist. Ja, wo ist die letzte Hexe, Mann? Ja, wo ist die letzte Hexe, Mann? Das gibt es doch nicht. Hier wird definitiv irgendwas grün angestrahlt. Ich habe das als Licht gesehen, aber... Man kommt da nicht hin. Wie muss es doch da... Jetzt ist die Runde vorbei und ich kann nicht weiter forschen. War es eine Hexe? Was war es gewesen? Habt ihr eine Idee für mich? Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, ich habe hier leider nichts grünes gesehen. Ich habe nicht mal eine Hexe gesehen. Ne, ernsthaft. Wenn du dir das nachher auch anguckst, dann... Guck da mal... Was ist das grüne gewesen? Also... Ich bin da nicht hingekommen. Aber wer weiß, wenn sich jemand dieses Video ansieht... Dann... Und du eine Idee für mich hast... Kann mir einen Mundtipp geben. Genau. Ähm... Da waren schon mal welche. Die haben das so rausgezogen. Dieses... Schreibt es in die Kommentare. Weißt du? Ja. Äh... Oh. Was bist denn du? Noch... Noch nichts. Achso. Ja, ich bin Hexe. Alles klar. Wir haben... Fünf... Leckt die Katze am Sack. Nix. Ich... Äh... Ne. Ne. Das ist mir zu risky. Dann bin ich lieber... Eins von vielen. Und ähm... Äh... Hier steht ne Hexe anscheinend auf... Ah, jetzt. Ne Standhexe. Ah, ja. Oh, er ist ja schon... Hat man... Bleib einfach hier stehen! Ja, ich... Ich glaube, wenn die stehen bleiben, haben die einen Bug irgendwie. Keine Ahnung. Aber ähm... Hier bei so vielen Hunter hat man auch immer Angst, sich zu bewegen. Stimmt. Du... Raum bewegen, weil... Du wirst immer nicht sehen. Ey, mal gucken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich bin... Ich bin so tot. Ey, das wird nie was mit mir. Alle Hühnchen dabei. Ja. Der hat mich gerade an mir vorbeigelaufen. Der hat mich im Visier. Nein. Und mein Pilz lädt sich nicht gesche... Und mein Pilz lädt sich nicht gesche... So, ich hab dich gesehen. Toll. Da liegt sie. Äh... Äh... Toll. Toll. Oh je. Gut. Ich habe noch 2 Minuten 48, um zu forschen. Cool. Oh mein Gott. Danke für die Verehrung. Aber Leines reicht. Ja. Ne. So mein Schattel. Oh je. Es werden immer weniger Hexen. Hier, guck mal. Da spielt wohl einer LOL. Hast du gesehen wie der heißt? Äh... Ich hab jetzt gerade... Da ist ein Jax. Jax. Ein Hunter heißt Jax. Ich hatte gestern Talon in der Runde. Ja. Wir hatten das letzte Mal eine Lux. Das denke ich mir auch so. Alles klar. Man erkennt euch schon an den Nick. Oh je. Da kommt der Thünchen. Alles klar. Dann bist du in der Ecke hier hinten und Jax ist bei dir. Ja. Oh der Thünchen. Ich bin genau in der Range gewesen, wo es nicht angeschlagen hat. Yes. Und er ist weiter gerannt. Sehr schön. Homie G333 ist dem Spiel beigetreten. Der Homie. Der Homie. Der Homie. Ja. Homie in the House. Oh jeder schon wieder ein Hunter. Was gibt's denn hier noch für schöne Nicknamen? Ich guck mir immer die Nicknamen an. Da ist einer müde. The Milkman. The Milkman ist ein Zuschauer. Er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Ja. Nein. Und ich hab festgehangen. Ich konnte nicht wegfliegen. Da war er geplatzt. Der Tittendachs. Ja. Das ist. Ja. Mit der Abwege. Ich sag schon. Ähm. Es ist noch eine einzige Hexe unter diesen tausend Fässern versteckt. Warte mal am gucken wo ich die finden könnte. Oh. 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 Ich glaub ich weiß wo sie ist. Oh ja. Ich hab sie gesichtet. Es ist eine Laterne. Auf einer Eisscholle hier hinterm Boot. Oh oh. Oder ist es? Ne. Die ist nicht verpackt. Das ist sie. Felge mal hier hin zu dem ein Boot. Wo diese Eisscholle drüber wächst. Da ist eine Laterne. Siehst du die? Chris verfällt ins Schweigen. Ah, ich sehe, wo sie ist. Ja, ne. Ist eine Laterne, die hier unten rumzappelt. Ist da die Wand gepackt? Nee, die liegt auf der Scholle. Also bei mir ist die hinter der Wand. Da kannst du drauf. Das ist nicht verpackt. Du kannst da dahinter. Hä? Sie kommt aber auch. Jetzt kommt sie raus. Guck. Jetzt kommt sie raus. Du kannst da drauf. Also da hinten. Aber da können die Hand da auch leicht hin. Ist jetzt nicht so optimal. Aber es freut sich das Laterne. Oh, ich habe schon wieder eine Golden Pitchfork. Genau dieses Symbol, was ich eben gerade reingemacht habe. Und in einer der letzten Runden bekommen habe, habe ich jetzt doppelt bekommen. Doppelgemoppel hält besser. Äh, was mach ich? Ach komm, ich behalte die Sachen. Doppelte Sachen kann man in Steam übrigens tauschen und verkaufen. Allerdings bin ich da nicht so in der Materie drin, wie das gehen soll. Ich habe etliche Sachen doppelt. Jo. Ähm. Wenn... Oh, ich bin schon wieder ein Hunter. Wenn... Oh, es sind hier viele Hunter. Ey, hör mal auf. Wenn da auch einer eine Idee für mich hat, wie das gehen soll. Oder wenn einer Interesse hat, irgendwas am Suchen ist und ich vielleicht doppelt habe und... Keine Ahnung. Ja. Lasst mir einen Kommentar da. Ähm. Vielleicht kann ich da ja weiterhelfen. Vielleicht... Dann wollen wir mal. Okay. Da ist nix. Der Chris ist wieder so still. Das ist so Hexy, ne? Klar ist er Hexy. Mhm. Logisch. Immer wenn der am... Das merkt man gleich. Guck mal. Krem hat ein Myth getötet. Der... Ja. Jetzt kann er weiter schlafen, wenn er so Myth ist. Ich habe null Plan. Oje. Bei so vielen Hunter hat man nur zu gute Karten hier. Du bist 100 Brot drin, ne? Ja. Brauchst nix sagen. Danke. Die Antwort reicht schon. Ich sag nix. Ihr könnt mich alle suchen. Ihr könnt mich alle suchen. Im Grunde hat er gerade gedacht. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Oh. Oh oh. Oh oh. Dünchen. Geh weg. Das bist du, ne? Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Geh weg. Es wird gemunkelt, ob ich das bin. Oh Gott. Das sind sogar zwei Hunter. Ach du Scheiße. Überall Hühnchen. Oh. Ja. Die sind wahrscheinlich in jedem Raum. Und ich habe wahrscheinlich die Ecke wieder erwischt, wo das, wo, wo, wo nix ist. Ja. Dein Hühnchen schlägt aber hier an. Ja guck mal hier. Wenn ich zurückgehe. Von unten. Von oben. Irgendwo. Ich bin wahrscheinlich auf der falschen Etage. Soll ich den kleinen Tipp geben. Ich bin ganz unten in der Etage. Keiner wollte nicht sagen, dass ich so dämlich bin. Also ich sehe Hunter hier rumrennen. Aber das ist wirklich das beste Versteck auf dieser Map. Also man kann das anders da einfach mit sagen. Oh. Oh. Ich werde mir jetzt die nächsten eine Minute fünftzig. Das beste Versteck. Nein, ich wurde abflucht. Bist du abgehauen oder bist gestorben? Nein, ich bin doch abflucht. Alles klar, er stirbt gleich. Ich hab Angst. Der ist tot. Der Jack hat mich gekriegt. Oh Mann. Das ist doch echt dumm, Mann. Ich hab's gerade erwischt worden. Das ist so ein gutes Versteck. Ich war's nicht. Ich hab's noch gesagt. Mein Hühnchen schlägt zwar aus, aber ich bin mit Sicherheit im falschen Raum. Ja, dein Hühnchen. Das war so gewesen, ich war an der Mauer hinten dran. Es hat angeschlagen. Ja, es hat immer angeschlagen. Aber ich war hinten, aber... Ich hab an der Wand gehangen. Dann ist doch was... Da verfällt man aber auch immer in so eine Panik, wenn die alle hinter dir sind. Ja, ja, du weißt dann nicht mehr, wohin. Und am besten verwandeln und ganz schnell weg. Was ist denn hier oben, verdammt? Vielmehr, wo ist es? Ja, und dann sage ich, ich bräuchte es zwar hier gerade zu. Ey, du musst nicht sagen, das ist ja... So eine Troll... So eine Hardcore-Troll-Runde können wir mal... Andermal machen, aber nicht jetzt. Troll, doch nicht. Ich sag dann, ich seh eh ne Troll. Ey, Maxi und ich haben schon Hardcore-Troll-Runden getrieben, ey. Ah, doch, jetzt hab ich gesehen, wo einer... Guck mal die Bilder an der Wand. Hab ich schon, die hab ich alle angeditscht. Hat vielleicht einer mir nachgemacht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Dieses Huhn schlägt aus. Und wir finden's einfach nicht. Wo ist denn das... Kackteil. Hm. Hm. Egal. Ich hätt' ja fast gesagt, Chris, by the way... By the way... Hätt' ich fast gesagt. Egal. By the way... By the way... Oh, Mann. Oh. Genau. Eine Runde geht noch. Ja. Eine geht noch. Dann müssen wir mal wieder einen Cut machen. Oh, hier hat man wieder... Ah, jetzt hab ich gar nicht geguckt. Ich wollte eigentlich nur die Pilze ausprobieren, die ich noch nie ausprobiert hab. Aber ich bin eine Hexie. Ich bin eine Hexe und lass mich raten, das Haus ist nicht da. Ich bin auf der falschen Seite. Fuck. Oh Gott, das geht gleich los. Ich hab' kein Versteck. Ich hab' meins. Es ist zwar wieder genauso risikoreich. No risk, no fun. Vier Hunter. Einer mit Haken. Drei mit Hühnchen. So, ich hab' wieder das perfekte Versteck. Ich hoffe... Du? Wo bist du denn? Ich seh' nur... Deine Schrift. So viele Hexen. Bist du ein Brett? Oh, hier ist schon der erste Hunter, der sehr aggressiv ist bei mir hier in der Ecke. Boom. Er wird... Es sind nur noch drei Hunter im Übrigen. Einer hat geläftet. Oh, da kommt er. Da kommt er. Ist mein Versteck gut? Ist mein Versteck gut? Wird er mich finden? Auslachen? Auslachen? Interessiert den nicht? Der rennt einfach weiter. Ich glaub' der verfolgt eine grüne Hexe. Mich! Es dauert... Es dauert... Es dauert immer lang, bis die die kleine grüne Hexe zichten. Glaub' mal hier lang. Oh, da kommt er wieder. Oh, der weiß, was ich hier bin. Tada! Tja, tja.. Tja. 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 die mich wollen wie die mich wollen meine bilder bitte langweilig ich bin halt nur zu gut im widget gerade mal level 11 noch nicht so oft gespielt wenn ich das spiel ein bisschen besser drauf hab dann machen wir hier mal ein bisschen ich habe noch ein hp kris ich habe nur noch ein hp und zu mir macht ich habe im krepp und liegt ja aufs dach ich bin jetzt in kohlkopf mit einem hp da ist er wieder lachen er kommt einmal dreckig lachen für diese runde ey mich greift ein brot an verpiss dich ja der hunter hier wie akkro der ist der räumt hier alles ab der touch wirklich alles an also das müsst ihr euch mal angucken hier also du Alika da muss ich später mal im video sehen wie akkro der ist der räumt hier alles ab alle hier am lachen du wirst gar keiner mehr gar kein hunter mehr woher die geräusche kommen 24 sekunden die tomate nein der apfel was auch immer es war hat die tür aufgemacht nichts machen jetzt ich habe nur noch ein hp eine dumme kartoffel würde mich das hat mich auch noch festgepackt egal bleib ich halt da liegen wo ich liege aber ich mache jetzt erst mal hier gerade kurz einen cut kurz trinken kurz auf toilette genau eine gute idee es fica also wir wird es das